Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Live mit Motality und heute sitzen wir wieder mal im E100 in meinem Gerätchen, zusammen mit der lieben Nubia ebenfalls im E100. So, ist ein bisschen lang her, dass ich mein liebes Gerätchen ausführen war, zumindest auf Video. Ab und zu fahre ich sie mal, aber ich kriege es einfach nicht dazu, die zweiten Kringel da vorne zu kriegen, dafür spiele ich die einfach viel zu selten. Auf jeden Fall macht Gerätchen immer wieder einen Heidenspaß, wenn nicht zu viel Artillerie drin ist, dann ist es immer ein bisschen unlustig oder man auf Pokorowka landet. Und dort haben wir den ersten Gegner, einen Petten und ich konnte nicht schießen, schade. Da flipste mir ein E100 durch Bild. So, T40, tschüss. Nein! Jetzt hast du mir den auch noch gemobst, das gibt's nicht. Jetzt mobbt sind wir auch noch die Kills. Aber die, das, aber das war so skill-skillig. Okay, das brauchen wir nicht langfahren, da kommt nichts. Hier unten, meinst du? Aber in ihr Steam fährt noch irgendwo. Ja, den kriegen wir schon noch irgendwo auf. Okay. Ah, das war jetzt echt ärgerlich. So wird es mal im schönen First Shot. Ja, Petten steht da, Hulldown. Das heißt, wir fahren mal ein bisschen näher ran. Dazu müssen wir aber keinen Umweg machen. So, lieber Petten. Oh, da ist denn hier sieben. Ja. Da drüber flüssig. Ja. Das heißt, wir würden hier in einen TD fahren, oder in zwei. Was meinst du, fahren wir zurück? Okay. Nehmen Abkürzung. Oh, ich bin gegen den letzten Pixel von dem Frack hier gefahren. Ich kann außen essen. Ah, das habe ich noch nie überlebt für... Bäh. Deutsch. Genau. Rhein-Betall. Wo? Steht immer noch da hinten. Okay. So, mal sehen, was wir jetzt hier anrichten können. Wir könnten jetzt den mittendrin durchstoßen. Dann wären wir mittendrin zwischen allen Kanonen. Das ist vielleicht nicht gut. Ja. Oder auch doch. Gegenüber steht immer noch der Rangetanzer, ne? Ja. Das Problem ist eher, der hier ist sieben und der hier ist drei. Ich glaube, ich nehme erst mal eine Kanone. So. Macht das bloß nicht zu Hause nach, Kinder. Typ 61 mit Gold, okay. Jetzt zieht mir die Kanone. Links haben wir einen Skoda. Vier Sekunden, drei, zwei, da haben wir einen Petten. Ich schieße lieber auf den Petten. So. Das wird noch lustig hier. Vorsicht, Typ kommt. Ah, ich nicht. So, drei, zwei, eins. Oh, das gibt es nicht. Dass der noch mal zurückkommt, ne? Rechts Leo. Will nicht, okay. Mal sehen, was jetzt nächstes kommt. Ich gehe mal wieder zurück. Ich gehe den Petten angreifen. Okay. Nicht, dass der uns hier flankiert. Hab du mal ein Auge bitte auf den Typ 61. Ja, ich fahre dem hinterher. Er sieht so aus, als ob er gleich rüberkommen möchte. No. Oh, Petten, hast du versagt? Gehe auf den Typ 61. Nein, gehe ich nicht. Äh, V. Äh, äh. Gerade noch so gesehen. Oh, was war das? Ein Skoda T50. Okay. Wo bist du? Da. Ich bin irgendwo gegen gefahren. Ach, hier steht es im Rack. Die kann man natürlich nicht beiseite schieben. So. Vorsicht, dass du jetzt da nicht in den Tiddy fährst. Das muss man nicht haben. Ich komme zurück. So, wir stoßen jetzt da drüben auf den IS-7 und den Typ 61. Okay, im Hintergrund steht immer noch ein Weinmetall. Ja. Wurscht. Müssen wir durch. Dieser Typ bei der 16 ist Skoda, ne? Die beiden nerven ein bisschen. Ey, komm. Gold, 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 Gold. Wir haben fast nur Gold kassiert. So, nicht da auch. Wir müssen hier irgendwie ein bisschen raus. Der Typ bei der 16 versucht es diesmal von hinten. Kannst du da nochmal ein Auge drauf haben? 17, 15, weiter. Ne, 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 der kommt, der kommt, der kommt. Der will hier immer noch sein Ehrenhundert killen. So, lass uns gucken. Da ist er. Jetzt kommt er wo? Da, ne. Verdammt. So, hallo, ihr 7. Was machst du denn da? Ich hab mir 7 vor meiner Nase. Leopard 1 ist gebaut. Hier ist niemand verschossen. Rechts, Leo. Ne, was war's? Gut. Wollte ich sagen, wir befummeln hier mal den hier 7. Ja. Das war mein Motor. Aber gut, das nehme ich in Kauf. Wenn wir dafür nicht hier 7 killen können. Und ein Reimetall gleich hinterher. Ich lade HE. Ich lade kein HE. Oh, armes Gretchen. Ja, das war jetzt mal ein bisschen, ich sag mal, experimentell und angriffslustig. Das mache ich mit dem Ehrenhunder öfters mal. Einfach mal zu gucken, was geht, was geht nicht, um den Gegner einfach mal so ein Konzept zu drücken. Weil viele erwarten dann, ach ja, der Ehrenhunder steht da unten, ignorieren einen. Ich will aber nicht ignoriert werden. Ich will den Gegner wirklich, ja, Stress aussetzen. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, weil die waren eher mit uns beschäftigt als mit unserem Team. Und das hat ziemlich gut funktioniert. So. Also nicht wundern, wenn ich mal irgendwie totalen Mist zusammenfahre. Es funktioniert manchmal. Und dann kann man den Gegner ein bisschen aus dem Konzept bringen. Das war, ja, nicht so dolle. Wir haben nur 2534 Schaden gemacht, aber ist okay. Mein Gott. Wir, oh, wir wurden durch Mr. Otti zerstört. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir zurück. Mit Gretchen, dem Ehrenhunder. Und wir begeben uns direkt in die Warenhäuser. Wir gehen shoppen. So. Winterschlussverkauf. Wir prügeln uns um die besten Angebote. Und die roten sind die Ommers vor uns. Was? Ja, man muss dem doch ein bisschen Touch geben. Anschaulichkeit. Genau. Visualisiere das Ziel. Umso besser funktioniert der Panzer. Soll ich nicht wissen, was du mit Omas beim Einkaufen machst, wenn das die Omas sind. Kommt halt drauf an, ob ich AP oder HE geladen habe. Aber gut. Da haben wir doch schon die ersten. Oh. Leute. Das war HE-Durchschlag. So viel zu visualisiere das Ziel. 895. War doch HE, oder? Ich weiß es nicht. Kann auch AP gewesen sein. Ist mir egal. Es war lustig. So war ein Snapshot vor dem Fernseher. Oh mein Gott. Okay. Ich warte jetzt hier noch auf unseren IS-3, der noch ein bisschen aufschließen kann. Obwohl. Links Bulldog. Der will nicht. Okay. Guck mal, was da hinten rechts alles rumsteht. Hier kann nicht mehr viel sein. Ja, außer der da. Und der schießt HE. Gott sei Dank. Der wird gleich angegangen. So, du bist hinter ihm. Du darfst. Ja. 10 Sekunden. Weil er mag jetzt auf mich. Was macht er denn da? Okay. Wenn das mal nicht doof war. Jetzt stehe ich neben ihm. Oh mein Gott. Okay, das war ungünstig. Da haben wir jemanden noch nicht lange in einem Jagdpanzer. Erinnerung hat. Oh mein Gott. Okay. Weiter geht's. Oh, was haben wir denn hier? Haufenweise One-Shots. Wo kommen die denn her? Platz da. Ich bin der Landvogt. So. Lass mich doch auch mal schießen hier. Immer steht irgendein Panzer im Weg. Echt unsch... Ist das sein Heck? Nee, ist das nicht sein Heck. Schade. Ich dachte, das wäre sein Heck gewesen. Ach nee, geht ja nicht. Weil er hätte da einen Turm nicht drehen können. Ach, Edip. Es ist spät. So, eigentlich stimmt das nicht. Aber wir sind schon eine Weile dabei. Macht aber nichts. Ich habe jetzt HE geladen. Da kann ich schief gehen. Und wenn der Mutz nochmal kommt, dann penetrieren wir ihn. Hi. Ach, schade. Ich bin der Treffer. Okay. So, wir haben rechts VK. Links T34. Auf den können wir sogar schießen. Nee, ist immer nicht schade. Aber hier können wir schießen. Nee, auch nicht. Och, Mann. Wo fahren denn die alle hin? Ganz komisch. Ja. Das ist voll doof. Ich fahre weiter vor. Manchmal versteckt sich der Feind einfach so lange, bis man keine Lust mehr hat. Zumindest habe ich so das Gefühl. Aber gut. Nicht mehr allzu viel da. Das meiste haben wir weggeräumt. Und, ja. Jetzt stehen wir hier wie Gretchen im Schlaraffenland. Die besten Shoppingangebote sind direkt voraus. Juhu. Da haben wir ein T10. Ja, T10 ist immer so eine Sache. Die treffe ich immer nicht. So, halt bloß still. Halt still. Halt still. Okay. T10 ist raus. Ist hier rechts noch? Nee, alles gut. Ach, Mann. Der ist eine kleine Leiter. Und den treffe ich nicht genau im Nachladen. Das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen. Hier jetzt zu schießen. Aber, naja. Gut. Hat sich erledigt. So, ich würde sagen, wir haben den Sommerschlussverkauf oder Winterschlussverkauf erfolgreich beendet. Alle bösen roten Omas sind tot. Ich komme immer noch nicht klar, was Sergpanzer da gemacht hat. Großartig. So was möchte ich gerne öfters haben. So. Wir haben 4.320 Schaden. Nur wir haben 1.500. Aber, alter Schwede. Guck mal, der Amix und der E50 waren auch ganz gut dabei. Also, hier hatten einige wirklich ihren Spaß. 64.000 Credits. 51.000 davon können wir mit nach Hause nehmen. Und, ja. Das war eine sehr angenehme Runde mit Gretchen. Wir sehen uns demnächst wieder mit einem anderen Panzer. Macht's gut. Bis bald, euer Mu. Tschüss. Und passt auf beim Einkaufen. 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 Vielen Dank.